Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier waren wir fertig den haben wir nackig sie haben wir nackig gemacht wie geht es eigentlich um unsere Keule 62% wir sollten uns zeitnah auch mal wieder eine neue Keule bauen da brauchen wir aber Nägel für oder ein Stacheldraht oder sowas hatte ich den jetzt hier schon okay das war das Haus wir gehen jetzt hier einmal durch schreib mich nicht so an shit D1 geht alleine weg okay alles klar na was hast du so für uns ja irgendwie habe ich jetzt nicht gut reagiert das war irgendwie so war schlecht PuppetEye nehm ich mal mit können wir vielleicht verkaufen so beim Trader ne ist es hier noch so Teilschrott Feder ein Spaten okay ähm das habe ich hier alles voll mit Stoffen ne vielleicht sollte ich doch einfach mal ne ich brauche die nicht ich brauche jetzt kein Verband tatsächlich ob hier ein Auto drin ist eine Autobatterie die brauche ich bestimmt oder merken wir uns das wenn ich die jetzt hier hinlege ist die weg irgendwann ne ich kann die jetzt nicht mitnehmen es geht einfach nicht okay äh hier müssen wir rein hier müssen wir jetzt rein das ist das nächste Haus also das Ziel sind immer noch mehr Klamotten und Wasser vor allem wir brauchen unbedingt Wasser ganz wichtig oder irgendwas zu trinken auf jeden Fall ne Grapefruit ist die noch cool leicht verdorben roh ist leicht verdorben ein Problem wir probieren das aus ist denn leicht wie Alkohol oder kann man ist wie Alkohol aber guck mal hier das ist gut das ist gut das geht nach oben das ist sehr sehr gut was ist hier passiert blutende Verletzung ähm Stabilisierung okay gut Waschmaschinen oh was ist das denn Open Finger Gloves nö brauchen wir nicht was höre ich hier was habe ich hier gerade hier ist doch jemand oh Schuhe Motorcycle Boots die haben wir ja schon ich glaube dass uns die Motorcycle Boots nicht so gut tun ne oh Geld Money Money Motorcycle Boots haben wir ja schon an 35% die haben 97% aber es sind gut wegen Unfällen und so allerdings ja wie kommen wir nehmen diese ich kann hier nichts mehr aufnehmen ne Moment ich mach das mal in die Hose nehm die noch mal kurz auf Broke Shoes Dancing Broke Shoes with Hose Socks die sind so groß hä die sind bestimmt mega laut oder aber nicht so warm nein wir nehmen die wir nehmen die die kann man bestimmt noch richtig gut verkaufen aber ich könnte mir vorstellen dass man die verkaufen kann aber die haben auch nicht mehr so viel Haltbarkeit also insofern ist es egal so nach oben geht es hier nicht ne war da nicht noch ein zweites Stockwerk ja was hallo nein schiss ja komm ich geh jetzt hier rein oh wie der grad geheilt hat ey oh mein Gott so der Puppi die Puppet Puppet nicht Puppet Puppet so also was ich richtig feiern würde wäre jetzt auch noch ne Hose ne neue würde ich echt gut finden aber da habe ich wohl keine Chance gut nächstes Haus dieses Knaze und so da vorne ist übrigens ein Brunnen ne ob wir da mal kurz hinlaufen lass mal da hinlaufen Wasserhahn Wasserhahn das ist auch im Wasserhahn immer nichts gibt höchst mysteriös was was sehe ich da Nylonschnur ja gut das nehmen wir so mit jo das haben wir zur Genüge reicht das nicht wenn man das so rausnimmt aus dem Loot und dann wird das gezählt so was haben wir hier klassisches Haus lass uns mal ich muss dann aber hier wieder zurücklaufen ich gucke mal ob hier irgendwer ist warum sind die immer leer also da hatte ich auch noch nie Glück oh Gott diese ganzen Verschachtelungen und so ok ich laufe wieder nach vorne ich laufe mal wieder nach vorne die erste Reihe tendenziell schlage ich auch vor dass wir nur die erste Reihe mitnehmen und dann weiter laufen zu dem anderen Ort und den erstmal klären und auf dem Rückweg hier alles klären ach da hallo na halt um der war das ne der eben gebrüllt hat glaube ich nein stopp stopp ich will dir nichts erteilen bitte nicht ich wollte nur gucken was das war was er hier noch so liegen hat ok nix dickes gut lass mir hier schön rumliegen ich gucke jetzt hier mal um die Ecke boah was ist das denn da eigentlich guck mal da vorne äh Moment also da ist der Leuchtturm und da ist noch ne separate Insel ist das ne richtige Insel das hier ist ne Insel tatsächlich krass boah was ist das überhaupt für ne heftige Stadt hier unten und diese Stadt ne die möchte ich natürlich auch nochmal sehen also das ist natürlich ganz wichtig aber dafür brauche ich ein Auto oha also absinth absinth können wir reicht nicht kann ich hier nicht kann ich nicht kann ich hier nicht rein machen dieses Ding ist halt massiv groß Mobiltelefon das kann man doch verkaufen oder wat das kann ich doch bestimmt verkaufen warte mal kurz ich mach mir mal so ein Bündel aus aus den aus den äh Stofffetzen das konnte ich doch irgendwie machen ne hier Lumpenbündel so da ist es da passt es hin oder hier passt es hin perfekt so finde ich das gut okay streichelt es ja hier noch mit rein dann nehmen wir auch noch absinth mit ach ne geht ja nicht ach man Moment jetzt so schön noch ein bisschen Fusel rein Autotür wäre natürlich auch geil ne Autobatterie haben wir gefunden Autotür ich glaube ich sollte noch mal nach Datteln gucken da vorne ist noch so ein Digga ist hier noch irgendwo ein Brunnen okay ich würde ganz gerne hier noch rein gucken was das für ein Haus ist ich habe immer noch die Hoffnung dass wir ein Fahrrad finden man obwohl es die nicht gibt ich glaube ich kann noch mal hin 78 prozent zu 70 prozent darf ich nicht auf das geld hier nicht ausrüsten mobiltelefon in die hose geld in die hose nehmen wir lieber die mit die andere lassen wir hier so oben wird garantiert wieder jemand liegen mann ich habe durst oder auch nicht na gut kein getränk für uns keinerlei getränk für uns so das ist das gebäude gewesen hier waren wir jetzt einmal komplett hier waren wir noch nicht neues messer 56,5 prozent küchenmesser sollte vielleicht mal tauschen oder ich tausche mal aus das hat ein bisschen mehr haltbarkeit paar samen ich weiß nicht ob wir die brauchen jetzt aktuell mal man ja auch jedes mal samen machen kann wenn man irgendwelche crops findet gehörschutz nehme ich mit wofür brauche ich den so nehme ich einfach mit das hier blaue leuchtfackel nehme ich nicht mit so oben wird jemand sein socken ja kann man okay das gebäude sieht mal ein bisschen anders aus tape und was mache ich mit einem vorhängeschloss wofür brauche ich das schön schöner blick sehr schöner blick so hier geht es noch weiter hoch okay okay korken ja gut bin fertig leute wo krieg ich was zu trinken her das ist furchtbar oh hilfe das ist echt nicht gut das ist ein fahrschul wo ist der typ hin da war doch noch einer und das ist das ist das ist ja Keine Chance. Ich werde hier einfach während des Lootens verdursten. Eine Tauchermaske. Könnt ihr mir vorstellen, dass das nicht schlecht ist, wenn man unterwegs ist, Leute? Oh Gott, die ist zu groß. Die kann ich nicht mitnehmen. Tja, die muss hier liegen bleiben. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal wieder. Ich kann die nicht mitnehmen. Obwohl das bestimmt cool wäre, wenn ich dann einfach rüberschwimmen würde, oder? Wenn ich einfach da rüberschwimmen würde mit der Tauchermaske. Aber ich glaube, das geht allgemein nicht. Da macht meine Ausdauer gar nicht mit. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich muss noch hochgehen. Ich möchte zwar nicht, aber ich gehe. Juhu. Alter, wie verschnörkelt das hier alles ist. Wow. Schuhe. Richtige Boots. Ich glaube, die Hiking Boots sind das allerbeste, oder? Aber hier 92% von denen. Aber die sind halt nicht so... ...so schwer. Eigentlich finde ich die besser. ...die Hiking Boots. Ja. Ich glaube, die sind besser für uns. Wie war ich jetzt schon? Ähm, da hinten ist noch eine Tür. Ach so, da ist der Balkon. Okay, einen Stockwerk haben wir noch. Da liegt dann wahrscheinlich jemand. Das sage ich jetzt jedes Mal, bis einer da liegt. Ja. 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 Nauert sie jetzt. Vor allem, der weckt, glaube ich, die anderen auf. Kann das sein? Gott, was habe ich mich wieder... 3% habe ich nur noch. Oh boy. Das ist die 1-Verletzung. 3% Flüssigkeit habe ich nur noch. Okay, wir müssen jetzt priorisiert, Leute. Trainingsjacke. Oh ja. Ausrüsten. Oh ja. Das Ding kann wegbleiben. Sehr geil. Haben wir gleich wieder ein bisschen Platz. Sehr schön. Es gibt hier nichts für mich zu trinken. Okay, das heißt, wir müssen jetzt gleich nochmal wieder auf die Datteln gehen. Weil es einfach nicht anders geht. Hier ist gar nichts. Ich blute einmal noch wie ein Schwein. Ja, wir müssen auf die Datteln gehen. Ne, brauchen wir nicht. Okay, let's go. Wir gehen. Noch sieben Minuten in dieser Folge. Und ich habe immer noch nicht zu trinken gefunden. Das ist nicht gut. Okay, dann lassen wir uns mal los. Ich werde jetzt priorisiert meinen Flüssigkeitshaushalt auf Vordermann bringen. 0% jetzt. Shit. Shit. Da ist ein Brunnen. Ist das der Brunnen wieder? Ja, ne? Das hilft mir aber auch nicht weiter. Ich habe nichts mehr, ne? Ich habe nichts mehr hier drin, was mir irgendwie helfen könnte. Mann. Okay, Diggi. Komm mal ran hier. Komm ran. Hast du eine Dose Cola dabei? Oder sowas. Irgendwas in der Form. Nein, hast du nicht. Schade. So, wir werden jetzt hier suchen. Wir müssen jetzt hier irgendwie Flüssigkeit suchen. Dringend. Dringend, dringend, dringend. Da vorne ist ein Auto. Haben wir irgendwo noch Datteln? Nicht Datteln, sondern Kaktusfeigen brauchen wir. Das ist der andere Ort, ne? Der da vorne. So, warte, 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 warte. Wir haben hier irgendwie keine... Das Zeug ist hier nicht mehr. Wir haben hier nicht mehr diese Pflanzen. Keine Agaven. Kein Nischt. Mein Gott. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Ich trinke jetzt das Salzwasser. Mir ist ziemlich warm. Ja, das glaube ich dir. Ist besser? Ach, hier sind Agaven. Ich hoffe, da kommt ein bisschen was raus. Wie viel bringt ein so'n Ding? Drei Milliliter. Fünf. Zwei Prozent. Okay, da will ich rüber. Mal gucken, was da noch so... was es da noch so gibt. Bin sehr gespannt. Wo sind die Kaktusfeigen? Hier sind keine mehr. Die waren echt gut. Drei Prozent. Ne, das ist zu wenig. Mehr Agaven, bitte. Viel mehr Agaven. Oder irgendwelche anderen Beeren. So, da vorne ist ein Ortsname. Ein Ortsschild. Da gab es hier kein Ortsschild. Kann das sein, dass ich aufs Klo muss? Dick da. Ja, komm, wir gehen mal kurz hier rein. Wir werden mal ein bisschen Dinge tun, die betan werden müssen. So. Und dann müssen wir weiter Flüssigkeit suchen. Was mit dem Wasser ist echt ein Problem? Ich frage mich... Ich frage mich... Ich möchte das gar nicht hören. Ja, ich glaube, es geht uns jetzt richtig gut. Ich frage mich, wie wir dieses Problem lösen wollen. Ich glaube, mit so einer halben Dose, die wir da hinstellen, ist das nicht wirklich gelöst, oder? Um Regenwasser zu sammeln, was es hier wahrscheinlich gar nicht gibt. Shit. Ein Prozent. Ne, das ist nicht gut. Ich gehe mal da oben hin. Wünschte, ich hätte noch meinen Fluss, den wir hatten im ersten Run. Mann. Der war echt so gut. So, wie heißt denn der Ort hier? War ja nicht noch eine zweite Agave. Da. Da ist eine. Wir sind in... Moorvica. Moorvica. Okay. So, und das ist jetzt der Ort hier. Okay. Weiter laufen wir auch nicht. Also den Ort werden wir jetzt als erstes erkundschaften. Auskundschaften. Da vorne ist ein fettes Schiff. Was ist das denn? Oh mein Gott. Da müssen wir hin. Da will ich hin. Oder ist das zu weit? Nee, das ist eine Insel. Da kommen wir nicht hin. Ich brauche Wasser. Batterien. Okay. Das ist alles so furchtbar. Wo bekomme ich denn jetzt Wasser her, meine Lieben? Datteln werfen nicht wirklich viel Wasser ab. Ja, schade. Null Prozent wieder. Shit. Also das Ding möchte ich auf jeden Fall jetzt in der nächsten Folge komplett durchwühlen. Einmal auseinandernehmen den Ort, was es hier so gibt. Aber wir haben trotzdem das Problem mit dem Wasser. Das ist wirklich ein übles Problem. Oh mein Gott. Bitte, gib mir was. Keine Chance, ne? Okay, da drüben. Was ist das jetzt für ein Ort? Ne, von da kommen wir, ne? Sind wir jetzt gerade andersrum gelaufen? Ja, ich bin gerade andersrum gelaufen. Cool. Oder? Ist so, ne? Ich bin erst, oder wie? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ne, ich kam von... Hä? Ich kam von da. Das ist der andere Ort. Genau. Das Ding werde ich jetzt hier auseinandernehmen. Aber ich weiß nicht, wie ich das mit dem Wasser lösen soll. Hier sind noch ein paar von denen. Daumen drücken, dass wir ein bisschen Wasser rauskriegen. Bitte, bitte. Come on. Gib mir was. Bitte. Das gibt's doch nicht, ey. Ich werde jetzt verdursten. Shit. Ich will keine Steine suchen. Lass. Lass das. Oh no. Mach ich ihn jetzt. Das ist echt ein Problem, ne? Verlieren wir jetzt dadurch Leben eigentlich? Ist ja irgendwo ein Brunnen. Kein Brunnen. Hier ist gar nichts. Keine Beerenbüsche. Kein nichts. Ich geh gleich runter ans Wasser, ne? Übrigens. Den hatte ich schon. Oh mein Gott. Das hier tötet mich, oder? Scheiße. Ja, 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 ja. Kein Problem. Aber hey, ein Prozent. Okay, was machen wir? Ich hab die Tomatensauce, hab ich zu Hause. Die bringt mir jetzt nix. Okay, Leute. Wir werden in der nächsten Folge das hier absuchen. Die drei Häuser. Und dann müssen wir zurücklaufen. Ich hoffe, dass ich das überlebe. Ich hoffe, dass es klappt. Ich hoffe, es funktioniert irgendwie. Dass wir jetzt nicht sofort sterben werden. Nur weil ich jetzt kein Wasser finde. Aber, hm. Kann halt auch schief gehen, ne? Hier sind nochmal drei Chancen. Oh mein Gott. Gib mir. Ja. Immerhin ein Müh. Es ist halt auch ballerwarm hier. Ich weiß gar nicht, wie warm. Gut, dann ist es jetzt so. Wir bleiben hier. Wir gucken, was es hier noch so gibt. Und dann laufen wir wieder zurück später. Aber so lange müssen wir jetzt hier erstmal ausharren von der Hand in den Mund. So wie wir es schon gewohnt sind. Oh, guck mal hier. Bitte. Bitte. Oho. Noch einer? Komm. Noch einen. Let's go. Liebes Spiel. Du bist das allerbeste Spiel. Das wissen wir. Der zeigt mir auch, dass du das liebste und netteste Spiel bist. Ich glaube, das ist eine Beleidigung für dich, ne? Ich glaube, Scum für dich ist das eine Beleidigung, wenn ich sage, du bist das liebste und das netteste Spiel. Da fühlst du dich beleidigt. Gut, lass gucken. Hier ist die Flüssigkeit. 6%. Wir haben ein bisschen was reingeholt. Also, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Die Flüssigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020